Als die andere Klan verbringte und verbringte, ein Merchant legte uns zu einer Flur, deren Petals mit Toxin verbringten. Setz die Toxins in die Haut, und du bekommst große und verrückte Kräfte. Aber diese Kräfte werden dich ins Wahnsinn. So, hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge hier auf Game Inc. Einen neuen Mark of the Ninja durchgenudelt. Mein Name ist Martin, und wir haben das letzte Mal diese Nebenquest hier erfolgreich absolviert, mit der Erkenntnis, dass Strom uns vor Laserstrahlen schützt. Sind wir elektrisiert, machen die uns offensichtlich nichts. Ich weiß nicht, ob das ein Bug war, oder ob das wirklich so gedacht war. Vielleicht werden wir das noch herausfinden. So, hier haben wir dieses Level Up Ding. Und dann geht es offensichtlich hier oben weiter. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie viele Punkte wir haben. Was ich aber weiß ist, dass es hier erstmalig, oder vielleicht zweitmalig, ziemlich gut aussieht. Also die Erfolge lassen hier gerade nicht zu wünschen übrig. Werfen wir einen Blick rein. Und haben fünf stolze Punkte. Fünf Punkte. Einen normalen Menschen in Angst und Wahnsinn. Tja. Diese Mission haben wir im Grunde schon erreicht. Aber nichtsdestotrotz würde ich das doch nehmen. Das hört sich doch nicht schlecht an. Nehmen wir das. Ist witzig. Wenn die alle da durchdrehen sind. Das ist klasse. Ja. Weiter. Die hier. Okay. Hier kann die. Ah nein. Ich muss hier anfangen. Stimmt. Mhm. Da haben wir diese Rauchbomben. Und diese Leuchtfackeln. Und die Knallkörper. Die Skarabänen würde ich ja gerne behalten. Was war das hier? Du kannst zwei Angriffsgegenstände tragen. Geräuschloses Töten ist immer erfolgreich. Achso. Die haben wir schon auf hier. Äh. Eine Verräter. Eine versteckte Rüstung bietet dir zusätzlichen Schutz. Lässt dich deine Gegner schneller ausschalten. Geräuschloses Töten stellt deine Gesundheit wieder her. Fokussieren hält aber nicht mehr die Zeit an. Ja. Nehmen wir doch diesmal diese Maske hier. Oder probieren wir das doch mal aus. Das hier haben wir bisher noch nicht gehabt. Und das hier haben wir auch noch nicht gehabt. Schauen wir da mal rein. Müssen wir natürlich aufpassen. Wir können nicht mehr fokussieren. Ich merke's. Tja. Äh. Gehen wir hoch. Achso. Dafür kann unsere Gesundheit aufgefüllt werden durch Geräuschloses Töten. Nur einen Gesundheitsbalken sehe ich nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob das benutzen ist. Da haben wir auch über einen Schalter oder sowas. Und da haben wir noch eine Elite-Housee an. Und hier geht jemand durch. Alles klar. Kriegen wir dich noch? Wir kriegen dich noch. Äh. Ja. Stimmt. Jetzt muss ich hier die Angriffsrichtung bzw. den Angriffsbefehl erteilen. Das hat ja vorher die Maske gemacht. Der macht das Licht aus. Okay. Und da kommt der Typ. Den müssen wir vorher betäuben. Da ist die Frage wie. Da oben können wir uns festhalten. Die Frage bis wohin du gehst. Oh. Wir haben hier eine überaus starke Erdanziehungskraft. Wie sie aussieht. Schlösser können wir auch schon schneller knacken. Das ist selber ein Vorteil. Mal gucken was wir hier haben. Ablenkungsfackeln. Diese Terrorpfeile. Und unsere Weizsicht natürlich. Nach wie vor die gleiche Frage wie immer die Typen betäubt. Ah. Ich dachte ich könnte mich hier gleich verstecken. Aber wir sind diesmal im Nahkampf. Effektiver. Das merkt man deutlich. Der ist schnell zu Boden gebracht worden. Verstecken wir dich hier. Na. Sehr schön. Veräuschlos machen wir das Licht aus. Kommen wir da hoch? Nein. Ich dachte da wäre ein Schach. Da habe ich mich verguckt. Ja nach wie vor die Frage wie ich euch hier betäube. Sofern ich euch natürlich erledigen muss. Wo geht es denn hier weiter? Nach rechts. Also oben rum. Und da ist der Typ. Na. Vielleicht probieren wir mal diese Pfeile bei denen aus. Ob die uns taugen. Ausgewählt haben wir sie ja. Vielleicht werden die dadurch auch betäubt. Wenn sie in Panik geraten. Ich weiß es nicht. Oder ich muss ihm hinterher laufen und mich hier verstecken. Aber dann sieht der unten nicht doch. Wart mal. Ich lenke den ab. Locke ihn hier rein. Und dann folge ich dem hier. Das wäre doch eine Möglichkeit. Dann nehmen wir doch lieber die Fackel. Und versuchen den hier unten wenn er kommt abzudenken. Die kann ich auch da runter werfen. Jawohl. Dann machen wir hier die Tür auf. Und lenken dich ab. Hoffentlich funktioniert es gut mit dem hier oben. Die kommen beide. Recht zeitgleich. Das passt. So. Du solltest das jetzt denke ich mal sehen. Nein. Tust du nicht. So vielleicht. Ach. Das ist zu dumm. Gut. Dann hier. Ein wenig verschwenderisch. Und zack. Geht's in Panik. Ja. Er gerät in Panik. Er gerät in Panik. Er tritt nach allem was im Weg geht. Ich habe übersehen dass ich hier hoch kann. Naja. Jetzt scheint er da oben nicht mehr kommen zu wollen. Komplett in Panik geraten. Ich sehe schon das war wieder nur ein Fail. Aber immerhin haben wir mal diese neuen Ausrüstungsgegenstände ausprobiert. So. Was ist jetzt hier los? Oh. Jetzt wird es aber knapp. Wenn jetzt gleich der Blitz kommt. Dann sind wir geliefert. Auf. Oh. Wir hatten es nicht gesehen. Sonst reagieren die doch jedes Mal. Sobald wir einmal erleuchtet sind. Oh. Ich denke wir lassen die da links liegen. Ich habe keine Ahnung wie man die betäubt. Vielleicht im Nahkampf. Da habe ich aber meine Zweifel. Ach man. Hoch mit dir. Zumal wir den letzten ja per Stromschlag betäuben konnten. Im Grunde auch mussten. Wir haben hier das Ziel den Hubschrauber zu sabotieren. Ohne entdeckt zu werden. Ich gehe erstmal nach links. Na. Mach auf. 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 Das! Auf. Alles wird von sechs on. Ja. . schnappen wir dich boah, das ging aber beinahe wieder daneben ach ja, geschick lässt grüßen machen wir dich auf und dich aus es wäre ganz nett, wenn der Regen hier das Geräusch des Regens, mein Geräusch überdecken könnte wenn wir das unter Umständen zu seinem Vorteil nutzen wie viele haben wir hier dann ohne entdeckt zu werden dann gehen wir hier doch mal direkt rüber ach, sieh an vortrefflich das ist nur eine Rüstung und da haben wir wieder wir wissen, was das ist, nicht wahr? mittlerweile wissen wir es euch machen wir aus wunderbar aber da kommen wir nicht durch ok ja, euch geh ich da nur mit Mühe erledigt mit dem Blitz oben müssen wir das nicht unbedingt taskieren geht es da weiter oben nicht müssen wir jetzt diese Blockade aus dem Weg räumen so, gerade noch geschafft die Tür machen wir hinter uns zu und hier unten haben wir nur einen Verbindungsschacht ok dann schauen wir mal nach dem Helikopter da haben wir die Elite-Wachen gehst du hoch? nein, du bleibst unten und wie schon gesagt ich bin irritiert über diesen Sichtkegel hier einerseits nehmen sie einen gar nicht wahr sonst reagieren die da als beim Blitz extrem sensibel ok da kommen wir nur bedingt weiter aufmachen ok, da kommen wir auch nicht weiter da ist ein Hebel eieieiei ist das euer Ernst? wollen wir es doch mal nehmen und versuchen? du schießt in die falsche Richtung Typ naja das ist jetzt hinüber ich dachte, das ließe sich geschickter lösen leider wurde man entdeckt beim schießen des Pfeils tja sei es drum dann können wir uns die anderen Typen ja auch holen ist aber auch eine ungünstige Positionierung der Einheiten ich meine wie soll man das denn machen? so gucken wir einmal hier ok Hebel umlegen was passiert ok da geht's auf da ist der Motor oh je 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 nur kommen wir da noch nicht ran eventuell brauchen wir einen von denen hier oder lassen wir mal lieber sonst hört uns noch einer so ziehen wir euch da rüber kann ich dich da runter platzieren? ja auch noch versteckt hervorragend ich nehme an wenn wir das hier machen dann haben wir das soweit erledigt würde ich vorschlagen dass wir uns noch die anderen Leute holen zumal wir ja mittlerweile schon entdeckt worden sind also können wir uns das auch erlauben dann bekommen wir wenigstens die Punkte wunderbar ach du war schon offen dann holen wir euch noch da hinten dann scheint die Mission auch schon bald zu Ende können wir mal die Leuchtfackel ausgucken oh Junge so Leuchtfackel Leuchtfackel mit Gegenstand abgelenkt aha ja woher ist sie woher ist sie ich komme ich bin schon da ja wie komme ich da jetzt nicht hoch was soll denn das so den ersten wenn er hier kommt den holen wir uns und dann machen wir eine Nahkampf-Action okay dann kommen wir eben zu dir oder auch nicht von wo kommen wir von links oder von rechts na von rechts da sieht nur einer in die Richtung müssen die anderen sicher erst umdrehen nutzen wir doch die Macht unserer Maske yeah that's right denn mit jedem Schlag kann ich mich oder vielmehr mit jedem kann ich mich regenerieren na jetzt aber oh verdammt na oh verdammt ausgerechnet so einer ja danke ich wollte dich da hochwerfen und nicht an mich werfen also wenn du mich nicht siehst bin ich schon tot oder nein ich lebe hier noch ich komme nicht hoch ach gottes Willen das wird doch machbar sein also das lasse ich mir jetzt nicht bieten nee kann ja wohl nicht angehen jetzt mal machen wir das nicht mit der Ablenkungsfackel ich dachte die wäre da effektiv im Grunde war sie es ja nur gebracht hat sie nicht viel so jetzt lauf also die drei die holen wir uns das geht echt gar nicht an ein bisschen schwer die zu erledigen ist er tot? nein ist er nicht warum konnte ich ihn nicht töten? bitte ihn hier so der erste jetzt haben wir uns kriegen zu viel zur regeneration danke ja dich lassen wir links stehen ich habe eine andere idee hätte man eigentlich viel früher drauf kommen können und zwar haben die sich ja wieder in die Auslandsposition begeben das heißt da werden wir warten und diesmal nicht von unten sondern von oben kommen wir könnten es ja runter sein lassen mit der Kette die wir da haben ja wenn man es nicht im Kopf hat hat man es in den Händen ja wunderbar sogar hinten auch noch ganz toll oh Junge so war das nicht geplant muss man wieder warten bis der Blitz weg ist so jetzt erstmal du hier drüben und runter sehr schön okay die scheinen uns echt nicht zu bemerken dann wollen wir hier vielleicht den nächsten jetzt gehe ich davon aus dass das dem Typen Panik einjagt jetzt hat er ja gerade gesagt got him dachte ich schon der hätte mich hier gecatcht wow wie habe ich den denn da durchgeboxt wie geht denn das geht ja gar nicht an ja da hätte ich aber auch Angst na komm durch aufgepasst auf die Laserstrahlen hier sonst haben wir das hier noch ausgelöst ich lege mir mal hier hin damit das nicht passiert und jetzt gehen wir zum Helikopter schickt wie eh und je ja lief diesmal nicht so gut man hat seine Höhen und seine Tiefe sage ich dann mal und die zwei hier sind immer noch ein Problem diesmal machen wir das direkt mit den Mitteln die wir da haben da wird nicht lange rumgefackelt ja jetzt berückt euch mhm mhm da ist niemand wo ist denn der Geräusch des Regen hin ok wenn wir hier dran stehen ist mir noch gar nicht aufgefallen jetzt warten wir bis der Typ hier drüben ist der Blitz hinter uns wir könnten auch hier entlang naja gut du bewegst dich offenbar gar nicht ok gut dann gehen wir eben unten rum sonst hätte ich mich hier rübergehangelt und dann schnell da rein so runter so es tut mir leid Leute wir müssen hier einen kurzen Cut machen sonst wird die Folge zu lange sehen uns gleich wieder und dann schauen wir was hier mit dem Helikopter los ist bis dann bis dann bis dann bis dann bis dann RJ